Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und auf der IFA 2011 in Berlin und hier gibt es das Samsung Notebook Series 3 350 U2 zu bewundern, ein 12,5 Zoll Ultra Portable Sub Notebook. Verfügbar in drei verschiedenen Farben, also ihr müsst jetzt nicht diese hässliche pinke Farbe nehmen. Es hat einen sehr dünnen Displayrahmen, wie ihr sehen könnt, auch ein mattes Display, sieht sehr schön aus, das 12,5 Zoll Display hat eine Auflösung von 1366 x 768 Pixeln. Im Inneren werkelt ein Intel Core i3 oder Core i5 der zweiten Generation, also Intel Sandy Bridge. Schauen wir uns mal das Gerät von allen Seiten an, wir haben hier also eine Webcam, hier die Status-LEDs, hier unten auch noch welche, ein schönes Metall-Finish, hier die Power-Button, das Touchpad mit den beiden Maustasten. Das Display ist sehr schön dünn. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Hier auf der rechten Seite haben wir einmal den Audio-Port, einen SD-Kartenleser, USB und einen kleinen Adapter für Display-Out. Und auf der linken Seite haben wir einmal einen Anschluss für das Netzteil, Netzwerk, HDMI und USB. Die Mama, bitte keine Detailaufnahmen von mir. Die Mama, bitte keine Detailaufnahmen von mir. Und auf der rechten Seite haben wir also, wenn man diese benee, dann sind wir damit um Und auf der rechten Seite haben wir uns mal die damit, da prügt bis zur Änderung zu in den ganzen drei Daten und die Riemen. Und dann gibt es noch keinen Schritt. Aber wir gehen, bis jetzt diesen zerstörer, was er derart.